Weil du häckst doch jeder eh wieder. Ist doch scheißegal. Ist doch der gleiche Geduld. Ist doch egal, Horosmann. Oh, eigentlich wollte ich nur eine Rufen fahren, ja. Schnell genug diesmal? Oh. First, you're going to Grape Seed to pick up a vehicle. Then, we're gonna take them down for good. There's a secret entrance to Avon's Missile Launch Center off the tunnel under Chellead. We're giving you a choice here. You want to use the Barrage SUV or the Kanjali Tank? Oh, he took them both off in Le mans, so uh... It only seems right. Let's get this done before he starts launching warheads, yeah? Seems like a lifetime ago when a simple bank robbers mind our own business engine with the beer... ... and then we got paid by a tech idiot to get a load of data, which... Why are they doing this, dude, playing an auto? die spiel weiter fängt zu gut an oder? ja Das war so viel für mich! Just love, a soft top. It's San Andreas after all. Up to you. You there? Okay. Choose what you're gonna use. Set ein, Lucius. What's going on? What's going on? What's going on? Let's see, where the Tast is. Let's go. 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 So, mach ich mal, geht weiter. Let's go. So, man? Ne, du hast ja auch nicht geschafft, also wenn ich den ja wohl auch nicht schaffen, ne? So. 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 Ey, lass doch mal, wir panuchieren jetzt mal. Ja, bin doch vernünftig. Ich würde den ersten Mal verfolgen. Ja, der ist neu trocken. Ja, logisch. Was denkst du denn? Ah, dieses... Du spinnst ja wohl so festig, aber. Dieses, dieses... ...leses... ...lenken und gleichzeitig mit ihm um... ...zum umgucken das Ding nützen, das ist voll ekelhaft eigentlich. Und weiterfahren? Nö. Kann ich ungewogen. Da ein, Frank. Was denn du da? Bitter in die Holsteile. Nein, mein ich mein... Ah, da bist du in den Weg doch. Und was klackert bei dir. Bei mir klackert gar nicht. Wö? Doch, irgendwas klackert bei dir beim Ton hier. Nein. Doch. Jetzt weg. Eben war es noch mal zu hören. Ich bin weg. Ja, im Moment ist es weg. Der Kontroler. Ist so laut. Ja, weil der vibriert. Ähm. Okay. Okay, ich bin weg. Die Tür, ich bin weg. Ich bin weg. Die Tür, ich bin weg. Das ist jetzt weg. Ich bin jetzt nicht mehr so, dass sie nicht mehr sehen können. Oh! Ich sehe nichts. Aber warum? Aber es kommt alles schon an nur als alles an. Die 100 Millionen Waffenverbands sind Pallenge ist nicht wirklich so weit! Niemal Security will versuchen Sie zu helfen. Stopp, ich stehe mal durch! Oh, kann man machen. So, we can't leave any trace of them. Not one scrap of code. Pro Sterben. Warte, what did you say? I'm dead? Yeah man. Echt jetzt Mike? Mhm. Mhm. Okay. Kann man machen. Kann man, ja kann man machen. Du ich? Na du. Ich bin gefahren gerade. Ich bin eine billige Ausrede. Ich hab keine teure gehabt, Entschuldigung. Na na na. Ja. Ja. Aber wie viel steht denn nochmal? Alles weg. Den Gang hab ich schon getötet, der kann raus gelaufen. Eine Beste! Ich höre die noch keine Beste. Du wärst nur einer. So. Oder fast gestorben. So. Einen Ernst? Das letzte anruft jetzt? Hä, ehrlich? Wie ist das letzte? Wie wäre denn von dir? Keine Ahnung. So. 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 das er steht da hinten er ist doch schon wieder weg da kommt noch einer ah der ist in Oko aufladen aber mir er macht es ich komme Wir müssen uns in zwei Tafes und clean out the tunnel each. Und remember to take out the supplies. Any one of these boxes could contain Clifford's code. If we want to kill it and get paid, they've all got to go. Destroy the boxes, don't leave anything. We can't let Clifford survive the attack. You want to sit under our shooting force or you want to shoot some computers? Come on. No. Good work. Come on. Ah, ich brauche eine Musik. All right. Ah! 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 A business is only as good as its employees and all Avon's employees are gonna be dead! Avon's been on a real recruitment drive. Avon, where did you find these awful people? Avon, do I have arm... das das aber auch nicht überraschende Kapitän gesagt, dass er mit Max oben bei Max war und die Kunden haben schon... Ey, da frisst uns die Däne, Mann. Hey, Scheiße. Nur mal. Kein Ernst? Ja. Alter, Frank! Was denn? Was du kannst, kann ich auch. Ja. Aber das hätte ich nicht noch so gut warten können. Das wäre mir gut gewesen. Wäre es bis zur Tür gewesen. Wer drin tut. Was ist das wie eine billige Ausrede? Ich mach schon. Ja, du musst aber eine Waffe sein. Ja, das ist ein Problem. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, dann mach. Zwei habe ich noch. Eine ist da noch, beide noch. Wir können keine Trace von ihnen. Nicht nur ein Scrap von Code. Ja, ist doch alles gut. Ich hab doch gesagt, er war mit Max bei Olli oben und was wir den haben. Und ja, ich hab gerade telefoniert, weil er mich angeklingelt hat. Weil ich mir versucht habe, ihm anzurufen. Und da habe ich gerade mit ihm telefoniert. Das war knapp. Ich bin ein bisschen. Ich hab auch mit ihm telefoniert. Und da war er in mir. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. sie ist vor mit ihr das hat eine lecke wir machen wurde der stand am flug die Sau dann muss er ja wohl ich glaube der hinter dir der erste war das ich glaube ich so ein super soldier ja der ist weg man geradezu muss er sein was er kalt hat er noch mal drauf kann schon oder Box cleared. Move on. It's the dry box now. Hit the next. Darn Watt ist ein Problem, dass ich jede Wand zu vertreten mag. Wurde gar andere Punkte wieder. Schulde Tastin. Das Box ist gut, weiter zu gehen! Das ist klar, mehr Boxen zu gehen! Willst du dich schießen, Leute, oder willst du ein paar Computern schießen? Komm schon! Du schießt und schießt, Leute! Ich habe das ein Millionen Mal gesehen! Komm schon! Dann müssen wir den Einsatzkräften anschauen. Das ist wichtig, Leute. Wir müssen sie aufhören. Jetzt schießen Sie die Fliegerd. Wir können sie in der Zangehörbete. Wir können nicht versuchen, die Sie in der Flugzeuge zu bringen. Wir können sie in der Flugzeuge führen. Wir können sie in der Flugzeuge ausdrehen. Wir haben keine Fliegerd. Die Sprecherdung sind in der Flugzeuge. Was ist das wirklich mean? Be quiet for a minute, Clifford, und figure out how to hack into the missile system. The missile system. Easy. There, done. It's done. Already? Yes, Daddy. Do you like Dad or Daddy? Or Sir, like in an old-fashioned book? I have read 4,000 of them. I like Daddy. They just armed the missile system. Things just got a lot more serious. The main launch facility is through some big doors at the end of the tunnels. If we get in there, we can stop Avon and his dumb AI. And then the government better wire us money. Because this is more stress than we needed. Get to the door, God. So, then ziehen wir uns mal die Wiste ein, ne? Take them down and move! Are you hoping for more of those juggernauts? Because you're in luck! You fucking idiot! Isn't there a lot of fuggerna? I'll kill you! Everybody won't do it! Sorry! is there a angry rung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Rest habe ich wieder alleine gemacht, wie immer. Was ist denn jetzt noch? Na hier, steh ich hier, bist du blind oder was? Unten, ganz unten, Mike! Ja, na toll, unten. Ich spring mich noch mal runter, bist du bescheuert. Ich nehme nur einfach die Treppe, Junge. Da bin ich doch gerade dabei. Ach, hier bist du immer noch in die Etage über mir? Alter! Da bleibt doch einfach liegen, Junge. Hinter der Küste ist noch einer. Alter! Na Gott sei Dank machen wir jetzt da weiter, äh, an der Tür. Schon wieder ein Kaffee. Junge, Junge, Junge. Da hat er dich aber oben genietet, wa Mike? So. Tag, jetzt sind wir wie am Panzer, Alter. Boah! Boah! Ich hab die Scheißknarre in der Hand. Boah! Weißt du das? Na ja, ich bin das. Ich hab den Kaffee gezogen. Nee, ich hab den Kaffee. Das ist toll. Ich hab den Kaffee. Na ja, ich hab den Kaffee. Du bist nicht so. Ich hab den Kaffee. Das ist sehr einfach so. Ich bin schon. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Ich bin schon. ich aber da weiter auch so nie mehr mann zu denn ich war gerade fast tot waren ob ich auch zu präsentieren ich habe ich das war übrig dabei also vorbei hey wo sie so wie er wir haben auch mal doch dass er der tür an als punkt da schon mit diesen titel so Du kannst nicht aufhören, du füllen! Ich bin der Zukunft! Ich bin eine Tudelwebe von Tsunami! Ich kann mich nicht stoppen! Ich kann mich nicht stoppen! Ich kann mich nicht stoppen! Ha 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 ha! Get in die zillige Jetpacks! Und chase that little snot! Das ist es! Take him out! Take him out! Wenn Avon kann einen Jetpack fliegen, jeder kann! After him! Missiles sind unsere Standard- und-Govend-Jetpacks! Put the memes! Go get that bastard! And that stupid AI around his neck! This is about money and job satisfaction now! Get him! Shoot him out of the sky! Blast! 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 Ich runter! Ahja Dain yeah! Das ging aber schnell. Das beste geht immer viel zu kurz. Oh Gott, du hast dieses Mal nicht gemacht, ich bin einfach nur geflogen. Ja, du bist irgendwo sonst wo schon. Ja. Du Sau, lass mich einfach alleine. Ich bin einfach nur geflogen. Hauptsache, die Millionen kassieren, ne? Ich bin bei uns und bei uns gemacht, oder? Was? Mein, ich hab dein Leben mit meinem Leben, äh, geschützt, sag? Alles klar. Verarscht mich gerade, oder? Ja. Du bist vorgeflogen. Na hä? Im Haus drinne, wo du die Heck hast, mein Dick. Ach so. Okay, okay, ist das all the thrusters? Good, good, good. There'll be a copy of Clifford somewhere. Alright, or a beta repackaged, stripped for assets. He'll come back. But, we did good today. Thank you. Thank you, people. Uh, now, when you see the boss, can you let her know that this was all my master plan, and, uh, I should get a promotion? No, 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 no. We should have let you fry. Huh, you let me fry? Oh, shut up! Mr. Kress. Mr. Kress, the government owes you a big apology. Oh, and we're also gonna expunge all those charges on your record. No, not exactly. Clifford? Oh, Clifford. It's gonna be like he never existed. He'll probably be turned into call center software, or, uh, GPS for skateboards. Thank you. All of you. The world, the world owes you a massive favor. Oh, wow. But we like cash. Understood? Oh, and, uh, those were all innocent mistakes, so let's just make sure the record says that. Thank you. There will be no record. Fourteen? Mrs. Ragman? You brought Avon Hurts into the government. And these guys. And these guys. If I can, I will fire you. I'm protecting class. Yes. Moronic. Now, all of you, get out of here. Let's all pretend this never happened. Mr. Kress, we'll send you the money. Thank you. What the fuck? He's mad. I'm tired. No, I'm tired. I can't believe I'm staying there, but I do. Well, this has been horrifying. Really, really horrifying, but also pretty fun. So, bye-bye. We're standing, Junge. Scheiße, ich hab nur Gold, aber geil. So, und jetzt haben wir vorne, ich will Flugzeug fliegen, Alter. Auf klar keinen Fall. Warum nicht? Ich will Flugzeug fliegen. Das will auch scheiße, ja, Alter. Flieger Lena. Was bist du denn wie einer? Ich denk, du brauchst Kohle. Ja, kommt noch im Bunker. Fick dich, Alter.